Seid ihr beim Falten durchgestiegen? Wenn du ein Rechteck hast, Diagonaleimer, es sollen ja Dreiecke werden, oder? Dreiecke? Seit wann ist denn eine Apfel-Tasche? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Die Teigrechtecke je einmal längs in der Mitte falten und aufeinander klappen. Es werden keine Dreiecke. Es werden, danke, dass du es nochmal sagst, weil sonst wären es bei mir Dreiecke gewesen. Also nochmal, bitte drei Vierecke, nicht vier Dreiecke. Theo, was ist denn längs? Ja, das ist halt ein bisschen schwierig jetzt, weil wir haben ja 12,5 und 11, das ist fast... Also ich würde es ja gerne so aufhalten, aber ich vermute, das ist falsch. Das ist diagonal. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Längs bedeutet der Länge nach.